Wie ist den Fahre-Komfort-Alu-Stock-Schirm entwickelt? Den Fahre-Komfort-Alu-Stock-Schirm haben wir entwickelt, um eine neuartige Funktion des Öffnungs- und Schließmechanismus vorzustellen. Das Besondere am Fahre-Komfort ist seine komfortable Handhabung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schirmen haben wir beim Fahre-Komfort den Öffnungs- und Schließweg extrem verkürzt. Eine besondere Mechanik ermöglicht es, diesen Schirm durch einen verkürzten Öffnungsweg in den geöffneten Zustand zu bringen und aber auch wieder zu schließen. Der Fahre-Komfort ist ein edler Hingucker. Sein Gestell ist hochwertig im Titan-Finish veredelt und er hat stabile Fieberglasschienen. Der Griff bietet durch seine Spezialbeschichtung eine angenehme Haptik und ist farblich dem Schirmstock und dem Gestell angepasst. Deine Hingucker Deine Hingucker Vielen Dank.